Hallo liebe Minecraft-Freunde! Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft! Jaaa... So, und ich muss Fehler korrigieren, Fehler, Fehler, Fehler korrigieren. Ich bin auch so ein Düssel, ne? Also... Also manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist, also das geht ja gar nicht. Das ist verkehrt hier, Leute. Warum sagt mir das keiner, hm? Warum sagt mir das keiner? Das muss so wie hier sein, mit Stein, mit... Bruchstein, und es wird wieder dunkel. Warum wird's immer dunkel? Warum wird's immer dunkel, wenn ich anfange aufzunehmen hier? Man, 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 man... So. Da muss Stein hin. So will ich das haben! So sieht's nämlich viel, 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 viel schöner aus, find ich. Nur noch schöne Lappen hier, sieht doch geil aus. So, hier hinten ist das nämlich auch richtig, ne? Ja... Auf der Seite brauchen wir nix, weil da haben wir ja schon fucking... Lalalalalala... Wir könnten mir die nächste direkt eigentlich hier in die Ecke machen, ne? So... Hier so hin! Könnte ich da auch wieder koppeln? Ja, komm, bist du ein Bruchstein? Ich verwechsel das immer hier. So... Ui, komm, auch da äußere, äußere, komm, bin zu nah dran, glaube ich, so. Und jetzt! Wunderbar. Zack, wieder die Stufen ran hier, äh, die Falltüren, Treppen... So... Nächste Lampe fertig. Mhhh... Die nächste könnten wir eigentlich... Da so hin? Ja... Ja... Sollte eigentlich reichen von... Ja, so... Ja, das langt. So, Falltüren, muss ich vielleicht wieder kräften. So, hier vorne brauch ich den Keinen mehr hin, weil hier haben wir ja wieder Fackeln. Dann mach ich noch mal ein paar Falltüren fertig. Ich muss ein bisschen gucken hier. Ich dachte da hinten ist schon wieder ein... Monster am Start, aber... Na, alles gut, alles gut, und ich muss mal was essen. Da, ich wollte grad sagen, wo ist mein Steg, ey? Und die Bäume hier, das Laub da oben ist auch noch weg. Das... das muss dann auch weg da oben. Was wollte ich jetzt? Achso, ja, äh, Tür zu, erst mal Tür zu hier, erst mal Tür zu. Ging das so? Ja, ja. Mist, reicht grad... Ah, da ist ja noch ein bisschen was. So, jetzt hab ich noch mal sechs Stück. Ähm... Ich wollte eigentlich heute nicht so viele Lampen bauen, obwohl hier so eine Ecke könnte auch eine hin, ne? Ach, vielleicht mach ich das hier anders. Das muss ja nicht überall gleich aussehen, das soll sich ein bisschen hier verlaufen, wollte ich schon sagen. Verlaufen tut sich ja der Weg hier schon. Aber die beiden hier ein bisschen viel, oder? Aber es geht noch, es geht noch. So, hier in der Mitte vielleicht noch eine hinten. Nee, ich glaub, nee. Ich glaub, das ist hell genug erst mal. Weil wir haben ja hier die Lampen. Äh, Lampen, ja, äh, Fackeln. So, da klatschen hier noch die... äh, warum sag ich mal Treppen? Das sind doch keine Treppen hier, das sind die... Äh, Falltüren. Komm doch, hallo. Warte, irgendwo war da noch eine Spinne hier. Ai, ai, nein! Jetzt kommen sie wieder, oder wat? Jetzt bin ich auf der Brücke hier, war aber auch schon lange nicht mehr auf der Brücke. Hier ist ein bisschen... oder? Ist eigentlich nö, dunkel. Man könnte hier noch so einen Zaun machen. Oder auch eine Mauer. Ne, wir haben ja hier schon einen Zaun bei der Brücke. Ja, komm her, komm her. Oh, das nächste Schwert, das muss aber echt ohne Rückstoß. Ich mach keinen Rückstoß auf dem Schwert. Für Creeper ist ganz gut, auch für die Skelette. Muss immer hinterherlaufen. So, Moment mal, wie mach ich das denn hier? Wenn man von Teufel spricht, da sind auch schon die Creeper. Komm, wir gehen mal hin, wir brauchen mal ein bisschen Pulver. Pulver, Pulver. Oh, oh, oh. Oh, wo willst du denn hin? Warum haut er ab? Das kommt auch von hinten, oder was? Ach, da bist du. Wir wollen dich verstecken, hast Angst. Oh. Jetzt kommen doch noch Zombies. Naja, oh Gott. So, eigentlich wollte ich, was wollte ich heute eigentlich? Keine Ahnung, wir haben noch keinen Plan. Ach, Brücke müssen wir noch weitermachen. Genau. Das Dach war doch fertig da oben, ne? Drüben, genau, die Fackeln müssen. Und dazwischen kommt noch so. Aber ich glaube, ich nehme da die Brauen. Soll ich die Brauen nehmen? Also, die hier. Eichenholz, Zaun. Da, wo die Fackeln sind. Obwohl, das sieht auch nicht schlecht aus, so, ne? Boah, ich muss aufpassen. Also, hier, die Zwischendinger. Kann man... Nee, das sieht man nicht so, ne? Nee, das sieht man vom Weiten nicht so schön. Da nehme ich doch wieder Berge. Ich nehme mal Berge. Habe ich da Inventar? Ja, sieben Stück gerade. Oh, nee, da sind ja auch noch 64 Stück. Alles klar. Boah, ich muss mal ein... Ich finde die Musik ja gerade ein bisschen laut. Ich muss mal in der nächsten Folge die Musik mal ein bisschen leiser machen. Habe ich schon wieder vergessen, zwei, drei... Tickchen leiser zu stellen. Oh, ich darf nicht reden und gucken und konzentrieren. Das wird nichts hier. Ich bin doch ein alter Mann. Ich habe das nicht mehr mit so einer Kommen, mit der Konzentration. So, kommt ihr jetzt noch irgendwo ein Zombie? Ich will ja die Brücke ein bisschen. Das ist jetzt gerade spontan. Ich habe keinen Plan gehabt, was ich vorher machen will. Machen wir ja sowieso keinen Plan. Eigentlich selten. Außer ich habe eine Baustelle, wo ich sage, ich muss weiter... Ach ja, da oben. Wir können am Dach weitermachen vom Lagerhaus. Muss ja auch noch gemacht werden. Obwohl das gehe ich von der Lautstärke. Wenn ich ein bisschen lauter rede, geht das. Beim Aufnehmen ist die Musik immer so laut. Und wenn man das Video guckt, ist die Musik wieder leise. Komm her, wir müssen boxen hier. Zaun vom Kopf hier. Zombie, Zaun vom Kopf. Ja, komm mal alle ran hier. Möchte gern Hulks hier wieder. Ja, toll. Wollen mich hier wieder von der Arbeit abhalten, ey. Ja, komm, komm mal her. Der eine hat seinen Kopf verloren. Der will wieder meinen Kopf haben und klauen hier. Denk auch, der Musik an. Hier voll Party oder was? Ja, dahin kommt noch mehr. Party an der Brücke. Ja, komm, komm ran hier. Da habe ich schon meinen Titel gefunden für die Folge. Party an der Brücke oder so. Komm ran. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Ja, komm her. Freibier. Nee, Quatsch. Milch gibt es ja heute. Milch, komm. So. Was ist das denn hier? Das ist doch verkehrt, oder was? Lololololo. Das haut ja genau hin hier. So, äh, Fackeln. Die kommen ja da auch noch rauf. Habe ich keine Fuck-Gehör... Da. Skelett habe ich auch schon wieder gehört. Lolololala. Lololala. So. Jetzt habe ich die Seite auch fertig. Man könnte... Aua. Mann, 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 Mann. Man könnte da ja bei... Bei die Treppen... Äh... Man könnte auch einen Kürbis raufstellen. Kürbis. So als Deko, oder? Nee, ich habe noch eine bessere Idee. Blumen. Blumen. Da können wir ja Blumentöpfe raufstellen. Und dann klatschen wir jeden zweiten, klatschen wir Blumen hin. Genau, genau. Da klatschen wir Blumen hin, Leute. Blumen. So, wollt ihr jetzt mal... Jetzt hier rankommen, oder wie sieht das aus? Ah, ich gehe mal gucken. Äh... Da, 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 da. Jetzt. Hallo? Ich kann doch mal überlegen. Weiß ich noch, wie man Blumentöpfe baut? Kräfte. Muss ich gleich mal gucken. Sonst mache ich das beim nächsten Mal wieder. Ich bin ja mal so vergesslich, ey. Kann man das nicht merken. So, hast du mal ein bisschen Pulver? Nö. Haben die anderen überhaupt Pulver gebracht vorhin? War so viel Creeper weggekloppt und die haben überhaupt kein Pulver getroppt? Das geht ja gar nicht, ey. So. Äh... Wir gehen noch mal die Blumentöpfe. Nee. Scheiße. Nee, schüsseln. Äh... War das mit... Oh, nee. Wie war denn das jetzt noch? War das nicht so, wie man eigentlich Eimer baut? Oder so? Hallo? Du hast es echt wieder vergessen, ne? Blumentöpfe. Äh, bevor ich herumprobiere, mache ich beim nächsten Mal. Ich habe es echt schon wieder vergessen. Wir gehen nur noch mal die Töpfe. Oh, egal. Hatte ich noch welche irgendwo hier? Nee. Hier rein. Glowstone. Nun, obwohl da kann ich ja noch mal... Das kann ich auch so... Ich muss ja noch viel mehr Lampen bauen. Ich muss ja bald wieder in die Hölle, denn. Okay. Hm... Wollen wir mal gucken, wo ich vielleicht Lampen hinsetzen kann. So, jetzt haben wir hauptsächlich... Ja, was haben wir denn gemacht? Was haben wir überhaupt gemacht gerade? Ach, an der Brücke waren wir ein bisschen im Gange. Meine Fehler habe ich korrigiert. Ja, ein paar Monster geschlachtet, gekloppt. Und das war es auch gleich wieder mit der Folge. Boah, die Zeit, die läuft. Aber hier muss ich auch noch mal... Ja, beim nächsten Mal gucke ich da. Ich muss dann gucken, nachlesen, wird dann nochmal funktionieren mit der... Äh, mit der Töpfe. Mit Blumentöpfe. Und da braucht man Blumen. Wir können auch mal Blumen. Komm, braucht er eh. Blumen? Komm, Blumen. Blumen? Ach, mache ich beim nächsten Mal auch. Obwohl, drüben habe ich ja Blumen. Die könnte ich schon mal holen. Ja. Ähm... Ach, hier haben wir Fackeln. Man könnte ja hier denn auch die Lampen setzen, aber... Hier lasse ich aber den Zaun, weil... Ja... Und hier muss ich... Oh, hier muss ich unbedingt... Und hier hinten können wir nochmal gucken. Wir haben aber auch schon lange nicht mehr. Und ich muss das Feld, das Feld. Und da oben müssen wir auch noch weitermachen, wo die Mühle hinkommt. Und der Berg muss so abgetragen werden. Junge, 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 Junge. So, hier. Das habe ich auch mal gebaut. Äh, das ist ja schon... Oh, wie lange ist das her? Junge, das ist ja schon bald ein Monat her, wo ich letztes Mal hier durchgelaufen bin. Ach, hier ist auch Zaun. Okay, das bleibt ja so. Da ist ein Hühnchen. Das lassen wir auch so. Und hier geht es so runter. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Hier sollte doch... Oder soll eigentlich... War auch mal eine Idee, der Bauernhof hinkommen. Der Bauernhof. Und dann, da soll die Tiere da hier so hin. Oh, da habe ich auch noch viel vor, ne? Eieiei, aber wir haben noch Zeit. Wir haben so viel Zeit. Ne, dort unten so alles grüne Wiesen. Da hinten weiter hin. Da können wir es schön ebenerdig machen. Und dann... Bauernhütte da hin. Da können die Schafe da hin. Oder was ist los, Leute? Doch, dann machen wir es so. Ja, ja. So, aber das war es erstmal für heute. Ich hole erstmal noch die Blumen, ne? Komm, die Blumen hole ich noch. Und erstmal wieder was essen. Was denn da hinten? Hallo? Okay. Hier war noch ein paar Blümchen. Da bin noch ein paar Blümchen, Blümchen. Guck mal hier. Ach, die habe ich schon alle um... Ach, ne, da haben wir noch ein paar Rosen. Da haben wir noch weiße, da haben wir so... Tulpen sind das. Keine Rosen. Tulpen. Makaritten. Schöne Makaritten. Ach, das ist ja auch noch Kloschonsdau. Willkommen zu dir in der Rindau. So, Mohn. Mohn nehmen wir auch mit. Ah, die Sonnenblumen können wir auch mitnehmen. Zucker. Zucker. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Sehe hier noch irgendwo Blumen? Das ist nur Farbstoff. Das muss mal rüber alles. Ah, ja. So, egal. Leute, beim nächsten Mal geht es dann weiter, ne? Für die neuen, die eingeschaltet haben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und für alle natürlich, ja, Daumen nach oben. Liken, alles was geht. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Und beim nächsten Mal mache ich die Musik wieder einen Tick leiser, ey. Ich höre meine eigene Stimme gar nicht. Bis dann. Tschüss.